ja hier leute da ist es immer wieder herzlich willkommen zurück zu let's play far cry so wir machen heute die quatsch so also der wenn der jäger muss er sicher lang sein ja könnten wir lang gewesen aber die serie nur hier paar spuren die nordzehler nehmen wir auch mit das heißt er muss immer in der höhle sein und da ist noch nicht so viel doch da geht es dahin geht es lang überleben in der kälte das nötige ölland ist kalt und menschenfeindlich mit einer aktuellen kälte wurde zu kürzen erfrieren und überleben solltest du ein lagerfeuer zum aufhören im fach und roter versuchen mit denen du im handwerks mit dem verbesserter kleidung ja schon kannst super den nord schwarzstein na gut den dantanbau die knorren mit der checkpoint hier geht rein ok ha gut das fühlt sich wieder auf das ist gut dann braucht man den kalt so ein bisschen zu geben Das war's für heute. Der hat's aber auch erwischt. Gott sei Dank, liebe Leute. Das Viech fahr' nicht ohne. So, den Löwen, den Heulen, äh, den Heulen nochmal. Fleisch, ah, mal gut, Fleisch. So, jetzt haben wir die ganzen Holzpfeile mal wieder mit. Nicht wirklich, oder? So, kann man das Ding jetzt hin? Hm. Hm. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Heiß, heiß, heiß. Oh, ich muss ja mal. So, ich muss mal wieder ein bisschen herstellen. So, ich muss mal wieder ein bisschen herstellen. So, der ist auch erledigt. So, ich muss mal wieder ein bisschen herstellen. 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 Ah, fuck you. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Okay, that's the Toten, huh? Oh, fuck you. So, beide tot. Ich hoffe, dass das die waren, die jetzt... Ja, ja, heul nicht rum. Da ist ja heul schon rum. Und dann... Ja, 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 ja... So... Oh, 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 oh. Das ist einer oder was? Was ist denn das? Das ist ja oder was ist ja. Spiesenters. Super. Oh, es ist nur noch einer. Oh, es ist nur noch einer. Ein selbes Antikachin war das. Die haben sich gegenseitig angerufen. Sehr gut, dann haben wir das auch ledig. So, Gott sei Dank. Oh mein. Wir haben die Knochenhöhle abgeschlossen. Yes! Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es geschafft, liebe Leute. So, können wir jetzt wieder zurück ins Dorf oder was? Oder wie sieht das aus? Eigentlich haben wir kaum noch Quests. Doch, wir reisen ins Dorf. Ja, bitte. Oh, Gott sei Dank. Die verschollenen Höhlen. Naja, das ist für mich schon klar. So, wunderbar. Wollen wir hier mal zum updaten gerade? Nein, wir brauchen uns hier ein Schilf. Daxfell. Okay. Dann brauchen wir hier. Also wir kommen ja ohne Ende. Also wir können doch nichts upgraden. Aber wir können da hinten hin. Oder? Hat der wieder eine neue Quiz für uns? Oder ist das hier quasi nochmal der Anschluss an die alte? Ach komm, wieso wird das machen wir im nächsten Park? Wir sehen uns mal wieder bei FuckWipe Primal League, liebe Leute. Wir sehen uns mal wieder.